Danke. Jetzt haben wir schon wirklich viel erfahren über diese Fürstengenerationen von Esterhazy und dass sie vor allem auch so viel mit Ungarn zu tun haben. Und jetzt, Überraschung, jetzt erleben sie ein Feuerwerk im Tanzen und auch in der Musik, nämlich Volkstänze, die zur Hochzeit bis zum heutigen Tag in dieser Form getanzt werden. Darf ich bitten, Prima Ballerina. Das ist ein Feuerwerk im Tanzen und das ist ein Feuerwerk im Tanzen. Musik 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin der Kammel-Kammel. 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 Applaus 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 Applaus